Ja, ich bin Wilhelm Behn. Wir sind hier in Ost-Niedersachsen. Wir haben hier einen Ackerbaubetrieb mit ca. 500 Hektarn und bewirtschaften den mit einer sehr weiten Fruchtfolge, haben neben den typischen Getreidearten Raps, Sonnenblumen, Mohnhanf, Leinen, Leindotter, Senf und demnächst auch weitere Ölfrüchte im Anbau. Raps, Wir müssen auch wieder öffnen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Sonne ist in der Mitte. Bereich. Ist das jetzt die Dehnung? Genau, das ist die Füllung. Umso voller er wird, umso mehr Spannung ist drauf und dann dehnt er sich hier näher und kommt in den roten Bereich. Und das darf nicht sein. Woll and toriesen sieben, zack, sieben, zack. Die Füllung ist drauf, zack, 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 zack. Sieben, Zack. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sind hier gerade in der Roggenernte und den Roggen werden wir einlagern, um dort im Winter Mehl zu produzieren, was man bei uns kaufen kann. Aber auch die Ölsaaten werden bei uns komplett im Haus verarbeitet und dann werden bis zur Abfüllung und Etikettierung eigentlich jeder Schritt bei uns ausgeführt. Und dann kann man das Öl bei uns kaufen oder bei unseren Partnern oder auch bei den Gastrobetrieben, die das Öl nutzen, direkt als Mahlzeit genießen. Und dann ist es, dass wir das Öl machen können. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gutes Team. Genau. Ernte 2022 beendet. Gutes Team.